Hallo und herzlich willkommen in Lost Weekend. Heute ist eine Veranstaltung der Evangelischen Stadtakademie zusammen mit Bayern von Friedrich-Ebert-Stiftung. Heute zu Gast Sanib El-Masrar. Sie hat ein Buch geschrieben, das ist das hier, Muslim Man, was sie sind und was sie wollen, richtig? Es ist schön, dass du da bist. Hi. Ich freue mich, in München zu sein. Ich hatte eine Frage. Du hast 2010 ein Buch geschrieben, Muslim Girls. Ist das eine Fortsetzung? Als sich Muslim Girls 2010 geschrieben haben, haben mich ganz viele Leute gefragt, schreibst du jetzt Muslim Boys? Und ich dachte immer, es macht vielleicht jemand anders, hat aber niemand gemacht und jetzt gibt es eben die Muslim Man. Und Fortsetzung, naja, insofern das natürlich zu den Muslim Girls, natürlich auch die Muslim Boys oder Man halt auch gehören und damit schließt sich jetzt tatsächlich der Kreis der zwei Geschlechter. Was war der Plan hinter dem Buch? Was wirst du damit erreichen? Also die Debatte über Muslime in Deutschland ist ja nach wie vor aktuell. Sie hört nicht auf, sie wird zum Teil sehr undifferenziert. Einseitig von beiden Seiten, also sowohl von der muslimischen wie nicht muslimischen Seite geführt. Und da so ein bisschen Differenzierung und auch die Vierschichtigkeit dieser Lebensrealitäten, dieser muslimischen Männer, die manchmal muslimisch sind, manchmal nicht, sehr unterschiedlich auch ihre Religiosität leben, das versuche ich eben in diesem Buch abzubilden. Und ich habe ja das Buch ein bisschen anders aufgebaut als Muslim Girls. Vieles, was sich in Muslim Girls, zum Beispiel die Einwanderungsgeschichte, trifft ja auch für die muslimischen Männer zu. Aber diese Begegnung, diese persönlichen Einzelbegegnungen, habe ich eben im ersten Kapitelteil oder im ersten Buchteil aufgearbeitet. Und dann kommt der zweite Teil mit der Analyse. Und da gehe ich ganz viel natürlich auch auf Männlichkeitsbilder ein. Und ja, und auch viele Entwicklungen, die natürlich heute vielen muslimischen Männern innerhalb ihrer eigenen Community, aber auch Sozialisation, Probleme machen. War es anders, mit Männern zu arbeiten als mit Muslim Girls? Sie waren beide offen. Also es war jetzt nicht, dass die muslimischen Männer oder in Anführungsstrichen Muslim Men verschlossener waren. Ganz im Gegenteil. Also es gab einen unheimlichen Redebedarf. Also selbst Leute, die ich beispielsweise eigentlich nur über ihr Geschäftsmodell, Ich habe jemanden interviewt, der Potenzmittel an Imame beispielsweise vertreibt. Und der hat zum Beispiel sehr viel auch über sein Privatleben erzählt, obwohl ich eigentlich nur sein Geschäftsmodell kennenlernen wollte. Und bei allen war es eigentlich eher das Bedürfnis da, über ihre Erfahrungen, über ihr Erlebnis, über Denken, einfach mal auch mit jemandem zu sprechen, der sie auch nicht verurteilt. Und da habe ich einfach gemerkt, da tut sich eigentlich nicht wirklich, ob das Mädels waren oder Jungs, sondern da ist bei beiden Seiten, aber bei den Männern insbesondere, großer Redebedarf. Weil für viele Männer, und das ist jetzt nicht mal nur muslimische Männer, aber eben auch bei vielen muslimischen Männern, ist vieles so, da redet man lieber nicht drüber. Oder wenn ich darüber rede, dann werde ich als schwach, als weichei, als tunte, was auch immer wahrgenommen. Und da staut sich natürlich so viel an, dass das auch irgendwann raus muss. Und deswegen glaube ich, hat das auch gut funktioniert. Hattest du durchwegs positive Reaktionen auf das Buch? Und wenn ja, von wem? Also die, die das Buch gelesen haben, die waren wirklich sehr positiv gestimmt und haben sich sehr oft bedankt. Die, die das Cover nur gesehen haben, keine Zeile im Buch gelesen haben, auch ein bisschen das Problem haben, Texte zu lesen und zu verstehen. Also Leseverständnis, Textverständnis ist auch nicht bei jedem immer gut ausgeprägt. Und leider auch bei einigen Muslimen leider nicht besonders ausgeprägt, wie ich feststellen musste. Die haben tatsächlich sehr negativ auf das Buch reagiert, weil sie aber meistens aus einem sehr reaktionären, teilweise auch konservativen Milieu stammen, wo eben sehr stark gegen genau diese Enttabuisierung, für diese Offenheit eben nicht geworben wird, wo man eben alles unterdrückt, bloß nicht offen reden, bloß nicht Schwächen zeigen. Die haben tatsächlich nicht positiv reagiert. Aber das waren jetzt wirklich, wenn man es zusammenzählt, vielleicht eine Handvoll. Der andere Rest, das Buch ist ja recht frisch noch, waren wirklich positiv. Und eher wirklich, dass die Leute mir gesagt haben, danke, dass du das Buch gemacht hast. Also sowohl auf weiblicher als auch männlicher Seite. Wie greifst du das Buch als einen Beitrag zur Politik? Naja, ein Buch kann natürlich immer nur Einblicke ermöglichen und vor allem auch sozusagen einen Diskussionsbeitrag leisten. Wenn natürlich die Politik ein bisschen was davon mitnimmt, dann freue ich mich natürlich. Aber umso mehr würde ich mich freuen, wenn vor allem muslimische Männer das Buch zum Anlass nehmen, über sich hinaus zu wachsen, Selbstkritik zu betreiben. Und das erreicht natürlich dann indirekt natürlich auch die Politik. Bei der Politik würde ich mir vor allem wünschen, dass sie genau schauen, mit wem sie agieren auf der Vertreterseite, also Islamvertreterseite. Weil wir haben es tatsächlich oft mit legalistischen, also islamistischen Organisationen zu tun, die kein Interesse an Emanzipation, an Gleichberechtigung haben. Und da muss man, oder erwarte ich auch als Bürgerin dieses Landes, dass man da auch wirklich die Grenzen aufzeigt. Wenn wir uns gegen Rechts engagieren, dann möchte ich auch, dass wir das Engagement eben auch auf der islamistischen Seite ganz klar benennen. Weil Islamismus ist meistens rechte Ideologie, argumentiert mit Islam. Und das ist wirklich für viele gläubige Muslime ein großes Problem, weil das natürlich auch ihrer eigenen Sozialisation, ihrer eigenen positiven Bindung auch zur Religion auch widerstrebt. Da sind aber natürlich auch viele Muslime gefragt, auch selber das Wort zu ergreifen und diese Entwicklung auch zu mindern, auch Forderungen an die Politik zu stellen und zu sagen, hört auf, den Islamismus in Deutschland zu legitimieren, zu unterstützen, zu verbreiten und seht unsere Vielfalt, unsere Offenheit und lasst uns wirklich auch gleichberechtigt in dieser Gesellschaft leben und uns auch entfalten. Und das bedeutet, Muslimen eben wirklich auch auf Augenhöhe zu begegnen und sie nicht immer als sonderbare Wesen, die kommen aus irgendwie komischen Kulturen und mit ihrer Religion ist das halt noch nicht so wie bei uns. Das darf es halt nicht geben und das gibt es aber leider in der Politik sehr oft. Das ist ja so ein blindes, ein blinder Fleck im linken Diskurs. Also als du gesprochen hast, habe ich mich sehr an Ahmad Mansur erinnert, ja an Urgi, an Ates. Und bist du da in Kontakt mit diesen Leuten oder habt ihr so eine Art Austausch? Also Ahmad Mansur hat ja damals das Muslimische Forum gegründet, da war ich auch tatsächlich Mitglied. Wir kennen uns, weil wir eigentlich mehrheitlich alle in Berlin leben, bis auf jetzt Herrn Urgi. Man ist durchaus auch im Austausch, aber nicht im Regenaustausch. Und da könnte man vielleicht auch sagen, dass das vielleicht auch der Defizit vielleicht jener Muslime ist, die eben tatsächlich demokratisch, offen, säkular auch denken, dass man da eher so ein bisschen so in seinen eigenen Bereichen arbeitet. Das Tragische ist, dass bei sehr konservativen und vor allem reaktionären muslimischen Kreisen schon allein der Kontakt oder dass man jemanden vielleicht einfach fair bewertet. Ich habe jetzt beim Deutschlandfunk ein Interview gegeben und jemand wie Hamad Abdel-Samad, der ja nun der bekannteste Islamkritiker ist, mit dem ich auch bei vielen Dingen überhaupt nicht d'accord bin, aber dieser Mann lebt unter Polizeischutz. Und diesen Polizeischutz bekommt man nicht, weil man irgendwie mal kurz angerufen hat und irgendwie die Diva spielen möchte. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten aus dem muslimischen Spektrum teilweise nicht bewusst. Man muss diese Meinung nicht teilen, aber ein Mensch hat verdammt nochmal in diesem Land das Recht, seine Äußerung, meinetwegen auch zur Religion und seine Meinung zu äußern und das auch frei zu leben und auch zu formulieren. Und dass das meistens dann dazu führt, dass man dann sozusagen gleich vereinnahmt wird und auch sozusagen als Islamhasserin, als jemand, der Sarrazin gut heißt und so weiter, also jemand, der sich immer schon und bis heute auch gegen Sarrazin und rassistische Stereotype auch stellt und auch da aktiv ist, da sieht man einfach, es geht vielen Muslimen leider oftmals nicht darum, wirklich sich mit den Problematiken innerhalb der Community, der Religion auseinanderzusetzen, sondern immer nur im Wir und Ihr. Und da unterscheiden sie sich tatsächlich nicht von Leuten, die im rechtspopulistischen Milieu unterwegs sind, weil da interessiert es auch nicht, ob jemand differenziert denkt, egal welche Herkunft der ist. Und da haben wir noch einen ganz großen Nachholbedarf und auch leider ganz stark bei den Linken, die irgendwie alles vereinnahmen und schützen wollen, was irgendwie einen anderen Background hat. Und selbst dann, wenn die Ideologie, die sie vertreten, islamistisch ist und das kann und darf nicht sein, weil natürlich auch die linke Idee, die ja wirklich auch maßgeblich Emanzipation auch unter den Geschlechtern vorangetrieben hat, da natürlich die Idee eigentlich sozusagen auf den Müllhaufen der Geschichte eigentlich geworfen wird. Und ja, da führt man sich dann selbst irgendwie dann, oder da schafft man sich tatsächlich selbst ab. Und das wäre natürlich schade, wenn man als linke Kraft dann sozusagen genau diese antidemokratischen, anti-emanzipatorischen Kräfte nur deshalb unterstützt, weil das Menschen sind, die einen Migrationshintergrund haben oder muslimisch sind. Vielen Dank. Ich freue mich total auf die Veranstaltung und ich werde auch mitschneiden. Sie werden bei YouTube auf dem Kanal der Evangelischen Stadtakademie auch diesen Vortrag oder diese Diskussion mitverfolgen können. Abonniert, abonnieren Sie den Kanal von der Evangelischen Stadtakademie und Sie verpassen keine Neuigkeiten. Das war Sinib El Masrar mit ihrem Buch Muslim Man, wer Sie sind, was Sie wollen. Bleiben Sie uns treu und bis auf bald. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Dankeschön.